Okay, was brauche ich denn noch? Ich muss den Haken da vorne dran machen und ich brauche den Schlüssel. Ähm, wie kriege ich den Haken denn da vorne dran? Ach, da ist der Haken. Gut, jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Ein Dutzend der besten Mechaniker könnten dieses Feuerwehrauto nicht schnell genug hier herausbekommen, um rechtzeitig auf einen Brand zu reagieren. Wir haben auch gar keine Feuerwehrleute mehr da, gute Frau. Warum ist diese Kamera dort? Warum ist alles in dieser Stadt abgeschlossen? Das ist eine exakte Nachbildung dieses Teils der Stadt. Ja, warum ist da eine Kamera? Es sieht aus wie ein Modell der Straße vor der Feuerwache. Das Feuerwehrauto fehlt. Ich glaube, eine Pinzette. Na Gott sei Dank haben wir die. Etwas, was mit einem Blitz zu tun hat, hat in diesem Kasten... Äh, hat... was? Etwas, was mit einem Blitz zu tun hat, ist in diesem Kasten. Ich brauche den Schlüssel, um herauszufinden, was es ist. Moment, Chameleonobjekt. Ah ja, okay. Das war jetzt schnell. In diesem Büro zu kommen... Ja, in dieses Büro zu kommen wird nicht einfach werden. Ich brauche eine Zugangskarte. Was ich für einen Scheiß lese in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Wolken? Klappe. Um diesen Schrank aufzuschließen, muss ich die fehlenden Figuren finden. Was fehlt denn noch? Das fehlt noch was. Okay. Ich habe jetzt eine Pinzette. Moment. Da war was. Ah ja. Das ist für den Schrank. Wie viel Gute einsetzen? Wo sehe ich ihn gerade? Habe ich was vergessen? Ah, ich habe was vergessen. Ähm. Da. Ah, ein Wimmelbild. Das zweite richtige Wimmelbild. Naja, das mit den Schlüsseln nehme ich mal so als halbes Wimmelbild. Amor, Flöte, Silber, Löffel, Baum, Knochen, drei Spielzeugsoldaten, Feuerwehrauto, drei Schirme, ein Stern, ein Feuerzeug, eine Silbergabel und ein Thermometer. Okay. Habe ich eine Motte. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Da ist ein Spielzeugsoldat. Warum ist das? Weil... Hihihi. Ähm. Ah, dann. Es hätte ja sein können, dass das Schmetterling oder so. Höh! Hihihi. Ähm. Highlight des Spiels. Man kann Tiere anklicken und sie machen Geräusche. Ach so. Eine Maus macht. Eine Katze macht. Hihihi. Ja. Ah, okay. Weil der ein oder andere vielleicht irgendwie versteckt ist. Ich verstehe. Ähm. Flöte. Thermometer. Silberabgabel. Feuerzeug. Feuerwehrrauto. Das kriege ich bestimmt. Das ist für das Modell da. Ein Schirm. Noch ein Schirm. Komm. Sternarmor. Sternarmor. Da ist ein Stern. Da ist ein Stern. Löffel, 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 Lütte, Gabel, Schirm und Baum. Schirm, Baum. Ja? Hallo? Spiel? Hast du alles gefunden, oder nicht? Hä? Der Würfel stand nicht auf meiner Liste! Willst du mich verarschen, Spiel? Leck mich doch. Das bin ich. Ah, ich hab mir ne Zugangskarte gemacht. Familienobjekt. Als erstes. Ich irgendwas anderes tue. Hm. Ah, da. So, was haben wir denn hier? Großartig. Jetzt weiß ich, wo der Zündschlüssel ist. Alles, was ich brauche, ist die Kombination für den Safe. Liebe Kollegen, aus Sicherheitsgründen bitte ich Sie daran zu denken, die Schlüssel zu dem Feuerwehrfahrzeug im Safe aufzubewahren. Da ist der Safe. Okay. Das ist Kaffee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist der Bahnhof. Das war hier bei dem Puppentheater. Feuerwehr. Aber helfen tut mir das gerade nichts, dass ich hier klicken kann. Das haben wir hier. Um meine Nachricht zu empfangen, muss ich eine Rolle Papier in den Telegraphen einsetzen. Ich habe eine Ahnung. Lieber Bernhard, wir sind schon seit Ewigkeiten Freunde, sodass ich glaube, dass ich dir vertrauen kann. Beigefügt sende ich dir den Schlüssel für die Puppe. Bitte versteck ihn irgendwo in der Feuerwache, aber erzähl niemanden wo. Egal was passiert, liebe Grüße, Meg. Warum hat der ein Foto von den Jungs? Meg hat den Schlüssel vor wohl ihrem Freund, der in der Feuerwache gearbeitet hat, gegeben. Ich muss das Gebäude durchsuchen. Wo ist denn der Freund in der Feuerwache? Wo ist der Feuerwehrhelm hin? Ich denke, dass der Rabe mir folgt. Was? Ich wollte jetzt eigentlich... Ich habe gar nicht gesehen, dass die Katze sich zum Sack verwandelt hat. Ich wollte einfach auf die Katze draufklicken, weil ich auf ein Miau gehofft habe. Also, so geht es natürlich auch. Also, ja, ich wollte den Helm holen, für Mia zu fein ins Wasser zu greifen. Selbstsame Ausrüstung. Ich muss herausfinden, wie sie funktioniert. Jedes Gebäude soll da einen Blitzerbleiter haben. Warum hat dieses Gebäude kein? Weil der in einem Koffer unten in der Werkstatt vermutlich ist. Natürlich ist er das. Wenn ein Feuer... Wenn es ein Feuer gab, haben die Feuerwehr den Gong geschlagen. Ernsthaft? Den Gong? Einen Gong? Da wollte ich nicht hin. Nachricht. Ähm... Was mache ich denn jetzt damit? Der diensthabende Offizier saß in diesem Stuhl und nahm Anruf entgegen. Offizier? Die Karte zeigt die Lage von jedem Feuer, das in der Stadt gebrannt hat. Wo bin ich denn? Ah ja, hier. Ah ja, ich verstehe. Ach, du Scheiße. Setze jeden Bildstreifen über einen passenden Satz von Bildern. Setzen wir erst mal die Großen irgendwo hin. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, das passt auch nicht. Entschuldigung. Nee, das passt auch nicht. Das ist das Einzige mit viermal Wasser. Viermal Wasser! Da brauche ich noch eins mit Ass. Viermal Feuer, das ist auch das Einzige. Das ist auch das Einzige. Ich bin hier etwas unschlüssig, ab und an mal. Wenn es mehrere Optionen gibt, wo die Dinger passen könnten. Da passt es nicht. Da passt es aber. Einmal Feuer, ein paar Schier. Ja. Dann stimmt es nicht mehr. Ja, ich brauch was mit zweimal Wasser. Dreieck, Kreis, Quadrat und zwei, vier, fünf Eck. Quadrat, Quadrat und da, da, da. So, da haben wir den Schild. Ich fühle mich wieder voller Energie. Lass uns auf die Insel gehen und das Schwert suchen. Und ich hab den Clown. Der Clown hat Matthew gesteuert. Wie ist so etwas möglich? Zündschlüssel. Ich wollt grad sagen, ich hab den Zündschlüssel gar nicht aus dem Dings geholt, aus dem Kriseur. So. So. Alles ist... Ja, du warst mit den Dingern eh nicht fliegen. Dann muss ich den Flügel auch noch reparieren. Aber erstmal... Das hier. Ähm... Da brauch ich noch einen Fisch. Was für eine lustige Zeichnung. Es sollte sie sorgfältig untersuchen, da sie einen Hinweis auf die Lösung weiter Rätsel enthalten könnte. Ja, Fische. Fehlt mir aber noch einer. Jemand hat einen Ping-Pong-Ball in den Wasserabfluss geworfen. Er sollte leicht genug sein, um zu schwimmen. Ich weiß, wie man auf die Inse kommt, wo ist und wo mein Flügel ist gebrochen. Das ist heiß. Ja, jetzt ist er nicht mehr heiß. Ich brauch einen Schraubendreher. Okay, also... Mini, Mittel... Nicht ganz so mini groß. Mini... Mittel... Nicht ganz so mini groß. Tür ist auf. Wir können mit der Fähre auf die Insel fahren, Rose. Da ist auch schon ein Polizeiwagen drauf. Äh... Aber erstmal wieder... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Da. So. Schraubendreher. Da brauche ich ein Seepferdchen. Jetzt muss ich auch noch mein Seepferdchen-Abzeichen machen. Wenn ich das Fenster zerbreche, das Feuer, genau, werde ich in der Lage sein, die Tür zu öffnen. Dann lass mich raten. Natürlich nicht. Lass mich raten. Natürlich nicht. Lass mich raten. Natürlich nicht. Abgeschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Ich könnte hier den Flügel für den Jungen zusammenbauen. Ich empfehle noch... Einmal Federn. Ich könnte ein Seil an das Rohr befestigen. Ich könnte ein Eimer an das Seil befestigen. Könntest du? Die Frage ist, warum solltest du das denn wollen? Das ist doch die viel wichtigere Frage. Ähm. Damit ich in den Eimer Wasser holen kann, um den Pikpong-Ball hier rauszuholen. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit. Gut. Ich habe auch meinen Schraubenzieher. Aber hier ist nichts mit Federn, ne? Ne. Ach, ein Eimer. Okay. Ich dachte, das ist ein Gewicht. Das ist einer der merkwürdigsten Eimer, die ich je gesehen habe. Weil ich den ja nirgendwo hinstellen könnte. So als habe ich einen Pikpong-Ball. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, wofür ich den habe. Also warum Rose den unbedingt haben wollte. Okay, gucken wir nochmal hier. Hätte ja sein können. Hierfür brauche ich ihn ja auch nicht. Oh, war ein Schirm. Was sagt meine Karte? Ich muss ja auf der Fähre was tun können, okay? Scheiße. Ich könnte vielleicht... Nö. Ich brauche noch mehr. Ich habe einen Schal. Ich kann beide Sachen kombinieren, ne? Ne. Scheinbar nicht. Ja, was ist denn hierfür? Warum funktioniert das mit dem Pikpong-Ball, wenn das eine Golftasche ist? Ja. 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 Ja.